Samuel, auf jetzt! Willst du fangen? Dann fangst du. Ich schlag die zwei drauf. Auf! Warte, ich nehm was im Kursch. Nein, Klaus, setz den Kopf ab. Die fliegt dort. Auf, du schlägst dich erst noch, ich bin zweit. Ach, jetzt geht's los. Achtung! Harald, da bleib! Lach nicht. War das eine Granate? Das war eine. Am Klaus geht's richtig schlecht, gell? Richtig schlecht. So, jetzt. Aber jetzt! Klaus, brauche ich einen Schluck Wasser, oder was? Ja, ich mach mal weg, wenn du runtergemixt. Achtung! Ich muss nicht einstellen. Achtung! 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 Acki, warum hat der Hubschraub? Ich habe aufs Ohr gegangen. War heftig. Ich gehe schon. Weißt du, ob das Ohr ist? Nein.